In ihrem mehrstimmigen Satzgesang, das war ja in 50 Jahren in Duap schon ein riesengroßer Renner. Wir haben uns mal einen Duap-Song mitgebracht, mit dem wir beweisen wollen, dass Duap nicht immer schnell sein muss. Er kann auch mal gemütlich sein mit einem leichten romantischen Anstrich. Wir haben noch ein schönes Arrangement mitgebracht von den Bermans. Und das ist ein Song zum Schmusen, was natürlich in dieser Zeit eigentlich vielleicht noch ein bisschen ungewöhnlich ist. Vielleicht macht ihr einfach mal die Augen zu, dann wird es ein bisschen intimer, jeder so für sich. Und aus dem Klang des nächsten Songs, wie gesagt, ein Arrangement von den Bermans. Der Song nennt sich That's My Design. Das ist mein Arrangement von den Bermans. Das ist mein Arrangement von den Bermans. Das ist mein Arrangement von den Bermans. Und das ist mein Arrangement von den Bermans. Das ist mein Arrangement von den Bermans. Wir bleiben noch kurz bei Ihnen in der Bermans. Das ist mein Arrangement von den Bermans. Ihr könnt uns mal ein bisschen unterstützen, Freunde, Freunde. Es geht euch gut? Wo sind denn heute Ende?